In diesem Tutorial werden wir uns das Ableiten mit Hilfe der H-Methode anschauen oder des sogenannten Differenzenquotienten. Und bei der Gelegenheit werden wir auch noch den Zusammenhang zwischen Ableiten und momentane oder lokale Änderungsrate klären. Bevor wir gleich ein paar Beispielaufgaben zusammenrechnen werden, ist es wichtig, dass wir ein bisschen Ordnung dieser Begriffschaos bringen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr versteht, welche Bedeutung die momentane Änderungsrate für ein Schaubild hat. Aus diesem Grund schauen wir uns jetzt diese Funktion hier f von x. Und wenn man für eine Funktion die momentane Änderungsrate betrachtet, betrachtet man eigentlich damit die Steigung der Funktion. Sehr vereinfacht gesehen können wir uns das Ganze wie folgt vorstellen. Wir nehmen auf dieser Kurve einen Punkt, p. In diesem Punkt legen wir eine sogenannte Tangente. Das ist eine Gerade, die die Kurve an dieser Stelle berührt. Und wenn wir die Steigung dieser Tangente ausrechnen können oder am Schaubild auch ablesen können, wie beispielsweise über ein Steigungsreieck, wie ihr von früher kennt, dann ist das die momentane Änderungsrate an dieser Stelle p oder in diesem Punkt b. Zur Erinnerung, die Steigung mit Hilfe eines Steigungsreiecks, also die grafische Lösung, würde wie folgt ablaufen. Man hat hier ein Delta x, also eine Differenz der x-Werte, hier ein Delta y an diesem Steigungsreieck. Und die Steigung selbst ist immer der Quotient zwischen Delta y und Delta x. Also, schlussfolgern können wir dann behaupten, dass die momentane Änderungsrate das gleiche ist wie die Steigung der Funktion, beziehungsweise Steigung der Tangente. Und das nennt man auch noch Ableitung. Als nächstes ist es natürlich wichtig zu wissen, was man alles braucht, um diese momentane Änderungsrate oder diese Ableitung rechnerlich zu bestimmen. Naja, in erster Reihe braucht man natürlich die Funktionsgleichung. Dann, wenn wir zum Beispiel wie vorher besprochen, die momentane Änderungsrate oder die Ableitung an einer gewissen Stelle bestimmen wollen, wie zum Beispiel in diesem Punkt p, brauchen wir natürlich die x-Koordinate des Punktes. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Man kann von der Funktion natürlich auch allgemein die Steigung oder die Ableitung mit Hilfe der h-Methode bestimmen. Und das werden wir auch hier in diesem Tutorial ein bisschen später sehen. Im Moment beziehen wir uns nur auf die Steigung in einem Punkt oder an einer bestimmten Stelle. Und um die Steigung in diesem Punkt, also die Steigung dieser Tangente zu bestimmen, brauchen wir natürlich eine Formel. Diese Formel nennt man auch Differenzenquotient und sieht wie folgt aus. Wie man auf diese Formel kommt, werde ich in diesem Tutorial nicht erklären. Mir geht es hier lediglich um die Anwendung dieser Formel. Wenn jemand Interesse hat, findet ihr allerdings am Ende dieses Videos im Abspann auch ein passendes Tutorial dafür. Einen kleinen Hinweis gebe ich euch trotzdem noch an dieser Stelle. Und zwar diese Formel kann man herleiten aus der Steigungsformel, die wir vorher angeschaut haben mit Δy durch Δx. Nachdem wir jetzt ein bisschen die Zusammenhänge und die Formel gesehen haben, ist es natürlich eine Zeit, dass wir mit den Beispielaufgaben loslegen. Bei dieser ersten Beispielaufgabe werden wir die Steigung an einer bestimmten Stelle x0 bestimmen. Also so wie wir es vorher besprochen haben, an einem bestimmten Punkt. Das könnte zum Beispiel unsere Aufgabenstellung sein. Bestimme die Ableitung der Funktion f an der Stelle x0 gleich 1 näherungsweise mit Hilfe des Differenzenquotienten für h gegen 0. Die Funktion f von x ist natürlich links gegeben. Für den Fall, dass euch das zu schnell ging, drückt ruhig auf Pause und liest in Ruhe die Aufgabenstellung durch. Eine Kleinigkeit in der Aufgabenstellung, die vielleicht verwirrend wirkt, ist die Tatsache, dass wir dieses h gegen 0 laufen lassen müssen. Wie das genau erfolgt, sehen wir am Ende dieser Beispielaufgabe. Da es die erste Aufgabe in diesem Tutorial ist, habe ich die Lösung in drei einzelne Schritte aufgeteilt, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wirkt. Erster Schritt wäre, dieser Differenzenquotient aufzustellen. Zur Erinnerung nochmal rechts die Formel, die wir aufstellen müssen. Also, wir brauchen f von x0 plus h und f von x0, dann können wir dieser Differenzenquotient aufstellen. Zur Erinnerung, x0 steht auch hier in der Aufgabenstellung, ist 1. Aus diesem Grund können wir gleich loslegen mit der einfacheren Sache und f von x0 ausrechnen. Also, f von x0 bedeutet eingesetzt, eigentlich f von 1 auszurechnen. Und das wäre dann entsprechend 1 hoch 2 plus 2 sind dann 3. Außerdem brauchen wir diese f von x0 plus h. Das können wir natürlich auch aufstellen. f von x0 plus h bedeutet, wenn wir für x0 einsetzen, eigentlich f von 1 plus h. Und das ist die Stelle jetzt, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst. Wenn ihr praktisch das in euren Funktionsterm oben benutzt, bedeutet das übersetzt, dass ihr dieses x hier mit einer Klammer mit 1 plus h ersetzt. Entsprechend sieht das Ganze dann so aus. 1 plus h ins Quadrat, also das kommt dann statt x Quadrat. Und am Ende noch natürlich plus 2. Man könnte jetzt theoretisch direkt in dieser Formel hier rechts einsetzen, aber es ist ein bisschen einfacher, wenn man zuerst diesen Term hier auflöst. Für den Anfang erkennen wir hier eine Klammer mit der hoch 2. Das ist eine binomische Formel. Und entsprechend könnt ihr dann auch die binomische Formel nutzen, um das Ganze aufzulösen. Ich habe sie nochmal hier rechts abgebildet. Das ist die erste binomische Formel. Es gibt natürlich auch Aufgaben, wo ihr auch die zweite binomische Formel braucht. Deshalb habe ich sie jetzt auch nochmal kurz eingeblendet. Für den Fall, dass euch die binomischen Formeln nicht gefallen, könnt ihr das auch umgehen, indem ihr einfach diese Klammer zweimal nebeneinander schreibt und das Ganze ausmultiplisiert. Aber es geht ein bisschen schneller mit der binomischen Formel. Entsprechend werde ich sie jetzt auch hier anwenden. Also, dann habe ich 1 hoch 2 sind 1, plus 2 mal 1 mal h sind 2h und dann plus h² und am Ende noch plus 2. Das Ganze kann man noch minimal zusammenfassen. Die 1 und die 2 ist natürlich 3, plus 2h und plus h². So, und jetzt können wir diesen Differenzenquatienten aufstellen, indem wir einfach das alles in dieser Formel einsetzen. Also, entsprechend haben wir dann an dieser Stelle, statt f von x0 plus h, haben wir dann 3 plus 2h plus h². Dann kommt minus f von x0. Für f von x0 haben wir eine 3 rausbekommen, also entsprechend minus 3. Und das Ganze dann durch h. Im nächsten Schritt müssen wir diesen Differenzenquatient vereinfachen. Ich habe jetzt unser Ergebnis von oben übernommen und diesen Term müssen wir so weit wie möglich vereinfachen. Wenn ihr diesen Term genauer anschaut, dann solltet ihr erkennen, dass sich die 3 und die minus 3 gegenseitig aufheben. Das bedeutet, was noch üblich bleibt, ist 2h plus h² durch h. Und dann sollte euch auffallen, dass man im Zähler oben diesen h ausklammern kann. Also, beide Terme beinhalten ein h. So, ziehen wir es nach vorne und dann haben wir beim ersten Term nur noch eine 2. Beim hinteren Term bleibt aus der h² nur noch ein h übrig. Und das Ganze durch h. Dieser Ausklammern bringt einen Vorteil mit sich. Und zwar, man kann jetzt das h wegkürzen. Und das Einzige, was übrig bleibt auf so einem Ganzen, ist 2 plus h. Im dritten und letzten Schritt muss man diesen vereinfachen Term, dieses h, gegen 0 laufen lassen. Das bedeutet, übersetzt folgendes. Also, ich habe schon was vorbereitet. Da steht ja, für h läuft gegen 0 gilt. Das bedeutet, wir nehmen unser zusammengefasste Ergebnis von oben. 2 plus h. Und setzen für h gedanklich eine 0 ein. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass 2 plus 0, 2 ergibt. Das bedeutet, unser Ergebnis ist 2. Übrigens, eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Vielleicht fragt sich der eine oder andere von euch, ja, wieso haben wir nicht früher für h 0 eingesetzt? Wieso müssen wir überhaupt diese Vereinfachung noch durchführen? Na ja, h befindet sich am Anfang im Nenner unter dem Bruchstich. Und ihr wisst ja, normalerweise darf man Mathe nicht durch 0 teilen. Deshalb ist es bei dieser Art von Aufgaben immer notwendig, so weit wie möglich diesen Term zu vereinfachen, damit man für h diese 0 einsetzen kann. Auch wenn die Aufgabe an dieser Stelle theoretisch fertig ist, gibt es noch ein paar Probleme mit der Darstellung und mit der Fragestellung der Aufgabe. Und zwar, die Aufgabenstellung wollte von uns die Ableitung der Funktion an der Stelle x 0 gleich 1 haben. Das Ergebnis haben wir ja hier. Es ist die 2. Aber wie schreiben wir das Ganze hin? Üblicherweise tut man das Ganze so darstellen und sagt, f' von 1, das bedeutet, die erste Ableitung an der Stelle 1 ist 2. Alternativ gibt es in manchen Büchern noch eine andere Darstellung. Und zwar deshalb auf der rechten Seite unten bitte schauen. Man kann das auch mit Hilfe von Limes darstellen, hier in dem Ausdruck abgekürzt mit Lim und das bedeutet Grenzwert. Also, das auf der rechten Seite ist eine alternative Schreiweise für das, was wir auf der linken Seite geschrieben haben. Und auch hier kann man am Ende als Schlussfolgerung schreiben, dass f' von 1 gleich 2 ist. Benutzt einfach die Schreiweise, die ihr bei eurem Lehrer im Unterricht seht. Bei unserer zweiten und letzten Beispielaufgabe wollen wir die allgemeine Ableitung beziehungsweise Steigung einer Funktion bestimmen. Die Aufgabenstellung könnte wie folgt aussehen. Also bestimmen Sie die Ableitung der Funktion f mit Hilfe des Differenzquotienten für h gegen 0. Wir haben sogar die gleiche Funktion wie vorher. Aber ihr merkt den kleinen aber feinen Unterschied. Diesmal ist kein Wert für x0 gegeben. Die Reihenfolge der Schritte ist natürlich die gleiche. Also wir fangen wieder damit an, indem wir diese Differenzquotienten aufstellen. Rechts wieder die Formel eingeblendet. Also, wir brauchen erst die Reihe f von x0. Und weil wir jetzt keinen Wert für x0 haben, bedeutet das für uns, wir setzen einfach nur dieses x oben der Formel mit x0. Dann haben wir entsprechend x0 Quadrat plus 2. Dann brauchen wir noch f von x0 plus h. Genau das gleiche wie vorher. Wir setzen dieses x hier mit einer Klammer mit x0 plus h. und dann hoch 2 plus 2. Dann nutzen wir natürlich erneut die binomische Formel, um diese Klammer mit der hoch 2 aufzulösen. Entsprechend haben wir dann x0 ins Quadrat plus 2x0 h plus h Quadrat. Und am Ende noch plus 2. Und das haben wir jetzt für f von x0 plus h rausbekommen. Entsprechend können wir jetzt in unsere Formel einsetzen. Also, für f von x0 plus h schreibe ich diesen ganzen Term, was ich gerade rausbekommen habe. In 2x0 h plus h Quadrat plus 2. Und dann minus f von x0, jetzt bitte ein bisschen aufpassen. f von x0 besteht aus zwei Termen. Und deshalb müssen wir das Ganze in die Minusklammer setzen. Also, wir haben dann in der Klammer x0 Quadrat plus 2. Und das Ganze dann geteilt durch h. Als nächstes tun wir natürlich diesen Term noch ein bisschen vereinfachen. Für den Anfang würde ich zuerst die Minusklammer hinten auflösen. Also, entsprechend haben wir dann x0 Quadrat plus 2x0 h plus h Quadrat plus 2 minus x0 hoch 2 minus 2. Und das Ganze natürlich geteilt durch h. So, beim genaueres Hinsehen sollte euch auffallen, dass sich in erster Reihe die Zweier hier gegenseitig aufheben. Aber auch x0 Quadrat vorne mit Minus x0 Quadrat. Das heißt für uns, zum Glück, bleibt nur ein relativ kleiner Term übrig. Und zwar dieser hier, wo wir genau wie bei der Aufgabe oder Beispielaufgabe 1 dieses h ausklammern und entsprechend kürzen werden. Dann bleibt ja nur noch 2x0 plus h in der Klammer übrig. Und das Ganze durch h. Und nach dem Kürzen haben wir nur noch 2x0 plus h. Im letzten Schritt werden wir natürlich wieder in diesem vereinfachten Term das h gegen 0 laufen lassen. Das heißt, für h gegen 0 gilt 2x0 plus h. Läuft gegen. Natürlich, wenn wir für h 0 einsetzen, bleiben nun dieser 2x0 übrig. Verallgemeinert kann man das Ganze auch so darstellen. f' von x, also statt x0 schreibt ihr jetzt allgemeinert nur ein x, ist gleich 2x. Und das ist dann die allgemeine Ableitung oder Steigung für die Funktion f von x. Vollständigkeitshalber, alternativ gibt es auch noch die Schreibweise mit Limes. Die sieht dann entsprechend ansatzweise so aus. Und das Ergebnis kann man genauso wie auf der linken Seite angeben. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt hier natürlich nur grundlegende Aufgaben gesehen. Aber normalerweise müsst ihr auch Aufgaben bewältigen, wo auch komplexere Funktionstypen dabei sind. Außerdem gibt es neben der h-Methode auch eine sogenannte x-Methode, sowie weiterführende Ableitungsregel wie Potenzfaktor und Summeregel. Man sollte auch natürlich wissen, wie man eine Tangentengleichung aufstellt. Und wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat,